Der Slowakisch-Ungarische Krieg, auch Kleiner Krieg genannt, wurde vom 23. März bis zum 4. April 1939 zwischen dem Slowakischen Staat und dem Königreich Ungarn im Osten der heutigen Slowakei ausgetragen. Vorgeschichte Im Herbst 1938 musste die Tscheche Slowakei gemäß dem Münchner Abkommen und dem ersten Wiener Schiedsspruch ihre Grenzgebiete an NS-Deutschland und Ungarn abtreten. Am 14. 15. März 1939 erfolgte dann auf deutschen Druck hin die Unabhängigkeitserklärung der Slowakei als erste slowakische Republik, die auch von Ungarn anerkannt wurde. Gleichzeitig wurde die sogenannte Rest-Tschechei als Reichsprotektorat Böhmen und Meeren in Deutschland eingegliedert und auch die Karpato-Ukraine erklärte ihre Unabhängigkeit, wurde aber unverzüglich von Ungarn besetzt. Am 22. März 1939 beendete eine Kommission zur Festlegung der neuen gemeinsamen slowakisch-ungarischen Ostgrenze ihre Arbeit. Gleichfalls wurden die letzten ehemals tschechoslowakischen Truppen aus dem nunmehr ungarischen Karpaten Russland in die Rest-Tschechei abgezogen, worauf Ungarn wohl annahm es gäbe auch keine Truppen mehr auf slowakischem Staatsgebiet. Kriegsverlauf Am darauf folgenden Tag dem 23. März 1939 griffen ungarische Verbände ohne vorherige Kriegserklärung von der besetzten Karpaten-Ukraine aus die Slowakei an, wobei sie den Befehl hatten, möglichst weit nach Westen vorzustoßen. Die überraschten slowakischen Truppenverbände, die durch einige noch in der Slowakei verbliebene tschechische Verbände unterstützt wurden, starteten am 24. März eine Gegenoffensive. Ein großer Teil der Kämpfe wurde dabei durch die Luftstreitkräfte ausgetragen. Bei der Bombardierung einer slowakischen Luftwaffenbasis beispielsweise Kanova V. Es kamen 13 Slowaken ums Leben. Dieser Angriff verstärkte die anti-ungarische Haltung der slowakischen Bevölkerung zusätzlich. Obwohl für den 24. März ein Waffenstillstand ausgehandelt wurde, dauerten die Kämpfe noch bis zum 31. März an. In Folge des am 23. März 1939 zwischen dem Deutschen Reich und der Slowakei geschlossenen Schutzvertrages kam er es zu einer Unterredung zwischen dem slowakischen Ministerpräsidenten Tissot und einem Sprecher des Reiches in Zilina. Tissot wünschte vom Deutschen Reich eine militärische Unterstützung durch Waffenhilfe. Dies wurde abgelehnt, doch sagte man ihm ein direktes Eingreifen von deutschen Wehrmachtseinheiten in der Ostslowakei zu. Dieses Angebot wies wiederum Tissot zurück. Die Slowakei soll nicht durch eine mögliche Kettenreaktion in Streitigkeiten mit Drittmächten geraten. Anfang April kam es dann zu slowakisch-ungarischen Verhandlungen. Als Ergebnis wurde am 4. April in Budapest ein Vertrag unterzeichnet, in dem die Slowakei einen Landstreifen im Osten des Landes um die Orte Staktschin und Sobrinz mit 1697 Quadratkilometer Fläche, 69.930 Einwohner und 78 Gemeinden an Ungarn abtreten musste. Untertitelung des ZDF für funk, 2017